Hey Leute, hier sind wir Abner und da bin ich von den 2 Epic Buddies und heute gibt es eine neue Runde Black Ops 3 aus einer Nicht Black Ops 3 Map auf einer COD4 Map bzw. Modern Warfare Remastered Map und zwar Backlot Gott, da ist gleich keiner bei mir gewesen gerade. Richtig geil sieht die aus. Ja man, finde ich auch und mit dem Movement, das heißt die Map wird sich ein bisschen anders spielen. Finde ich ganz geil eigentlich, wenn man jetzt hier irgendwie auf die ganzen Häuser so easy raufkommt und ich glaube, das könnte ganz cool werden, obwohl viele einfach nur am Boden rumlaufen, was mich gerade ein bisschen verwundert. Ja man, die spawnen auch direkt noch vor mir. Ja man, ich habe die Spons ein bisschen abgefuckt, oh Gott, die kommen jetzt alle. Gib ein Wohlbein, komm. Okay, ich zieh durch. Oh, ich habe eine Drohne. Okay, nice. Hä? Die spawnen ja noch immer hier. Oh Gott. Aber weißt du, was mich gerade wundert? Mini-Keymap funktioniert, UEV funktioniert. Stimmt, funktioniert alles, ist richtig nice. Okay, wir schlucken die Gegner ein bisschen viel, abgehoben. Oh Gott, die kann feinz... Oh Gott. Ob man da ganz hochkommt, dass das Gebäude ist, versuche ich jetzt einfach mal alle jumpen jetzt irgendwo auf dem Gebäude rum und versuchen, dass die irgendwo hochkommen. Ich stehe 11-0. Lol, läuft. Hellstorm funktioniert auch relativ gut. Okay, ja, ist nice. Die spawnen zwar direkt über der Map, dass man sofort eigentlich einen Gegner töten kann, aber ansonsten ist nicht nice. Oh, ich habe Flammenwerfer. Jetzt geht's ab. Oh, nice. Weißt du, was wir dann noch probieren könnten auf der Map? Ne, was? Aber ich muss sagen, so spielt sich die Map eigentlich ziemlich geil. Ja. Ey. Das Einzige, was nicht so passt, sind die ganz modernen Autos. Ja, man, die sind halt echt scheiße. Jetzt guckt euch das an. Wo passt denn das auf diese staubige, wüstenartige Map rein? Äh. Aber ansonsten... Ich meine, er hat wahrscheinlich einfach die Standardautos von Black Ops 3 genommen. Ja. Okay, ich will jetzt auch mal ein bisschen auf Street gehen. Kann ja nicht sein. Ich werde immer von irgendwo abgeballert und sehe das dann meistens nicht. Guckt euch das an. Wo kommt ihr jetzt wieder her? Natürlich, er ist unten im Keller gewesen. Ich würde auch sagen, wir gönnen uns dann noch eine Runde ohne Extro Movement, oder? So, komm. Ich habe noch, ich glaube ich noch nicht mal Blutrünste geschafft. Oh, und dann sterbe ich wieder von Crafty Specs. Wo kommt der Typ? Er kommt wieder vom Keller hoch. Das ist unglaublich. Was machen die denn da unten? Intimate ist auch im Keller. Okay, der Keller ziemlich offen. Der Keller sieht ziemlich verpackt aus. Komm, mal in den Keller. Okay, ja, gleich. Ich werde safe jetzt von irgendwo sterben. Und es kommt einer von oben runter wahrscheinlich. Ich glaube, es ist nicht gewollt, dass man hier reingeht. Okay. Tom, geh runter. Ja. Oh, lol. Und jetzt zieh mal da rüber. Ein bisschen weiß und leer. Geh, 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 nee, geh hier rüber. Ja. Oh, lol. Oh, lol, wie cool. Ich bin in einer anderen Welt. Oh, Mann. Oh, raus hier. Oh, mein Gott. Hast du Reiniger dabei? Natürlich. Du Schwitzer, Mann. Ey, Mann. Wie sterbe ich immer so schnell? Hat der an? Ja, halt an. Gib mir einfach eine Kugel und ich bin tot. Ja, moin. Wahrscheinlich Großkaliber. Auf seiner Männeruhr. Die schlucken echt viel. Ja, finde ich auch. So, Leute. Diesmal versuchen wir die Map jetzt im Classic-Mod. Ich hoffe mal, ich bekomme jetzt nicht so hart aufs Maul. Ich glaube, jetzt dürfte das Ganze nicht so chaotisch sein. Oh, Gott. Wieder Team-Sweek. Wie sind wir immer so dumm zum Team-Switchen? Da ist gerade einer rumgesprungen. Was ist da los? What? Das sagt ja richtig seltsam aus. Lol. Die Lounge sieht ja auch geil aus. Ich bin auch gerade hier gespawnt. Jetzt haben endlich mal alle es gerecht, dass sie ordentlich ins Team gehen. Unglaublich. Das hat jetzt Ewigkeiten gedauert. Oh, Gott. Welche Waffe spielst du? Ich habe jetzt die Manoworkle ein. Oh, Gott. Okay. Ich glaube, drei Kills habe ich jetzt in Folge. Das ist das Beste bis jetzt. Oder ich bin gleich tot. Oh, no. Wie? No. Wenn du jetzt in die Ecke gehst, du bekommst ein Plamaband. Spitzkopf-Fleary. Was bist du für ein Bastard? Ohne Witz. Spitzkopf- Nee, komm weg mit dem Bastard. Wo ist er? Wie heißt er? Spitzkopf-Fleary. Oh, mein Gott. Bist du ein Bastard. Ich hoffe, du verpisst dich, Mann, und stirbst an einem hässlichen Tod, Mann. Das ist unglaublich. Ich wusste nicht mal. Komm, warte. Komm mit. Komm einfach mit. Komm mit. Guck dir das an. Warte. Lass mich hier rüber. Guck dir das an. Er ist hier. Hier saß er. Hier. Oh Gott. Hey, dem muss der Schemmelpilz am Schwanz wachsen. Ohne Witz. Ohne Witz. Oh mein Gott. Ich pack's immer. Nee. Nee. Mir kommt so vor, als würden alle zehnmal mehr schlucken. Bin fast negativ. Ich schwör, es kam mir auch so vor. Oh Gott, das wird ein Knife Runner. Und ich geh dann immer so schnell down. Irgendeine Man-O-War mit Großkaliber-One-Shots gefüllt. Okay. Mal gucken. Jetzt könnte wieder was gehen. Jetzt werd ich gleich wieder von einem Camper geholt. Ich sag's dir. Und ich von einem Knife Runner. Auch geil. Der da ist er, glaub ich. Oh no, 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 no. Hat das Knife in den Keller gelaufen? Ja. Ich bin nicht. Okay, perfekt. Komm, ich hab's nicht. Mal Drohne. Erstes Mal Drohne. Ja, moin. Oh mein Gott. Nein, Ullis. Der sitzt auch nur in der Ecke. Echt? Ja. Okay, da hinten steht ein AFK. Freekill hol ich mir. Nice. Vielleicht schaffe ich ja jetzt einen Blitzschlag zumindest. Wär schon krass von mir. Blitzschlag, scheiße, Mann. Ich check jetzt jede Ecke ab. Nicht nur du, nicht nur du. Nicht, dass hier wieder Spitzkopf-Fairy irgendwo drinnen rumgambelt. Ey. Mann, hol den. Blitzschlag. Jetzt geht's ab. Hammer dich. Bist du bereit? Kein Kill. Moin. Verlastend. Ich seh hier keinen. Hinter dir. Wo? Er sitzt nicht in der Garage da drin, oder? Oh mein Gott. Er ist gerade rausgelaufen. Er macht natürlich wieder den Reifenwechsler. Ich verstehe aber nicht. Mir kommt zuvor, als würden die alle nur rumsitzen. Ja, irgendwo oben in den Gebäuden und keine Ahnung was. Richtig hart, ohne so einem Exo-Movement so richtig die Gegner zu outmoven. Oh nein, da ist einer hinter mir. Bond-Tripte gerade. Oh nein, 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 nein. Hinter mir wieder. Ey. Weißt du, da machst du ein... Ja, er saß auch wieder im Eck. Ich habe es ganz genau in der Kill-Camp gesehen. Nein. Oh Gott. Der kommt mit einer Cup rein. Mit einer Cup 40. Ne, Mann. Ich hole alle weg. Zwei habe ich schon. Drei. Nein. Und er holt mich aus der Hüfte weg. Läuft. Komm schon. Ich gehe jetzt wieder direkt in den Spawn rein und Spawn flippen, oder was? Oh ja. Guck mal. Ja, was? Wo? Dann kannst du zum Auto gehen und den perfekten Spawn-Head-Titch machen. Okay. Zum linken Auto. Er wirft sich auf jeden Fall nicht. Nein, bei dir. Richtiger Schwitzer. Ja, ein Cerberus, oder was? Ne, Vorräte. Oh, ich will die Vorräte haben. Du kannst sie die auch. Ne. Die kann man nicht nehmen. Lol, 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 lol. Ich wäre wieder fast gestorben. Fake-Vorräte. Das ist ja echt so. Ich gehe mal hier durchs Haus. Ne, hier ist nichts mehr. Oh, no, 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 no. Okay, ich habe wieder Blitzschlag. Nein, ich wollte gerade sagen. Ja, ich bin 7 Meter um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, vielleicht schaffe ich Orvi und bin down. Wo er einen Hitmarker bekommen hat. Hier, moin. Natürlich, der Blitzschlag ist so beschissen, wie er nur ein Kill. Ja. Ich glaube, man muss ihn in den Ecken setzen. Dann macht man da 10-fach Kills in der Runde. Ey, ich habe gerade einfach sieben Mal daneben geschossen mit der Shotgun und bin dann gestorben. Okay, wie die KSG, würde ich sagen. Ja, genau. Boah, wie der rumcampt, Mann. Holy shit. Ist da noch einer oben? Ne. Ne. Hauptsache, du ballest mich erst mal. Ja, wenn einer hochkommt, ich habe gedacht, das ist so ein Camper. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen mit dem Spawn-System, der verwirrt. Ey. Da steht eine im Spawn und snipet. Ja. Worauf er holt dich? Logan. Geht's. Oh okay. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, die Grenzen. Oh Gott, jetzt kommen sie alle an. Nice. Oh lol, ich bin gestunnt. Souwược im Backup. Oh nein, 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 nein. No, nein, nein. No, nein, 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 no. Ja, Moin. 4 Leute schießen auf mich. 40-12, nice. Für mich hätte ich über das Maul bekommen. Guck mal, dort wo ich 4 Leute gerade waren, seit ich 3x Glitcher kenne, ich mache keinen Kill. Einer sitzt schon wieder in irgendeiner hässlichen Garage. Was machst du da? Immer dieser gleiche, wie heißt der? Nei-Oi-Lbis-Typ da. Immer am Raumpämmel. So Leute, ich würde sagen, das war's wieder vom Backload. Auf jeden Fall eine richtig coole Map, die sich auch in Black Ops 3 gut spielen lässt. Mit Classic-Movement und auch mit Exo-Movement finde ich die ganz nice. Ich hoffe natürlich, euch hat es wie immer gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns einfach morgen beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Genauso wie es der Typ gerade im Check geschrieben hat, schaut gerne mal bei unserem Sponsor. MMOGA vorbei, dritter Link. Pümmelt dort vorbei. Richtig günstige Games. Und mit dem Gutscheincode BUDDYS bekommt ihr 3% Rabatt. Also guckt uns vorbei. Danke. Bis morgen. Ciao.